Gabe Gottes wünscht euch einen wunderschönen guten Tag. Hier spricht Klack zu euch. Ich möchte euch heute ein paar Dinge erklären, was die Gabe Gottes ist und wie sie funktioniert und wie wir mit euch arbeiten und wie wir uns freuen, wenn ihr euch mit uns in Verbindung setzt. Wir bei Gabe sind alles ganz normale Menschen. Wir sind medial veranlagt und fühlen uns mit dem, was wir machen, unwahrscheinlich wohl. Wichtig für uns ist es, dass wenn ihr uns erreicht, dass wir, da wir in der Obrigkeit sehr intuitiv sind, etwas von euch wahrnehmen, eine Stimme, eine Fotografie vielleicht, ein bisschen von dem, was euch widerfahren ist, damit wir genau annehmen können, wer ihr seid und ganz tief in euch versinken können. Ein Medium ist jemand, der sehr sensibel ist, der sehr viel aufnehmen kann, der ganz große, weite Antennen hat und damit weiß umzugehen. Auch jedes Medium ist ein Unikat, anders, anders fühlend, anders reagierend. Wir bei der Gabe versuchen, sehr individuell auf euch einzugehen, sodass wir für jeden Topf einen Deckel haben. Am Anfang ist es so, dass wenn ihr uns anruft und wir etwas von euch hören, eure Stimme und vielleicht, dass ihr uns auch eine Fotografie schickt, sei es per WhatsApp, per E-Mail oder per SMS, sodass wir uns genau auf euch einschießen können, euch fühlen können und uns auch in die anderen Leute und Menschen hineinversetzen können, um die es geht eventuell. Wir möchten in der Zeit, in der wir uns mit euch unterhalten, erfahren und fühlen, was bist du für ein Mensch oder was ist dein Gegenüber für ein Mensch? Wie kann ich dir genau helfen? Wir analysieren die Charaktere, die Aura, eventuelle Krankheiten und schauen nach, was ist wirklich passiert, als Außenstehender zu erblicken, als ein Medium, welches über zwei oder drei Jahrzehnte tätig ist und jeden Tag mit Menschen arbeitet, die ähnliche Probleme haben wie ihr und die selber auch schon gegebenenfalls ähnliche Probleme hatten und uns dann wieder auseinandersetzen mussten. Und glaub mir, dieser Erfahrungsschatz, der nimmt einen keiner mehr weg. Wir möchten, dass es euch gut geht und dass wir euch helfen, eure Probleme zu lösen. Wenn ihr das möchtet, dann müsst ihr mit uns auf den Punkt kommen und uns erklären, was eure Problematik ist. Den Rest finden wir heraus, meistens schon vorher. Wir werden mit Beginn unserer Arbeit darauf hinweisen, dass wir unser Möglichstes tun werden, um euch zu helfen, wenn ihr so ehrlich zu uns seid, wie wir zu euch. Und wir freuen uns. Es gibt viele, viele Mittel, die uns helfen, euch zu helfen. Nachdem wir bei einer Gesichtsfeldanalyse die Fotografien eurer Liebsten von dir und von deinem Partner gesehen haben, wie tief wir eindringen konnten und euch erklären, was genau mit euch passiert ist, wenn wir verstehen, was um euch herinnen geschehen ist in den letzten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren. Und wir werden einen Weg finden, eine Lösung finden, euch zusammenzubringen oder gegebenenfalls euch auch zu lösen. Wir werden sehen, ob ihr Dualseelen seid, ob ihr euch zerstritten habt wegen etwas Belanglosem. Wir werden euch sagen können, was man tun muss, um euch wieder in Einklang zu bringen, in eine Schwingung. Die verschiedenen Sachen, die wir machen können, werde ich im Nachhinein aufzählen in verschiedenen Videos, die ihr sehen könnt und die auch betitelt sind als solches. Ich möchte euch auf jeden Fall erst einmal begrüßen bei uns und euch mitteilen, dass ihr gut aufgehoben seid, bei uns ihr euch wohlfühlen dürft und annehmen sollt und dass wir alle Möglichkeiten haben, die man sich nur vorstellen kann. Wir werden am Telefon Gespräche führen können, wir werden uns persönlich kennenlernen können, wir haben Praxisräume in der Schweiz, in Mallorca und in Deutschland und auf den Kanälen. Wir haben Praxisräume in der Schweiz, in Mallorca und in Deutschland und auf den Kanälen.